Guten Tag Guten Tag, let's go Es muss ja hier unter den Turm irgendwie sein, wir müssen irgendwie unter den Turm rein Unter den Turm, ich glaub nicht oben im Turm, sondern unter den Turm Muss ne Höhle oder sowas sein, warte mal Ich hab's gefunden Ich brauch ne Laterne, um ne Fackel anzuzünden Ich schau mal bei Goldy vorbei Hey, die anderen, hey, sieht's er Ja Die ganzen Streamer, gell, schauen nach der Burning Blade Können wir nicht runterspringen? Ne, tut weh glaub ich Ähm Was? Nichts Wenn wir hier runterspringen, meine ich Achtschuldigung, das ist nicht Bö Haben wir das jetzt? Wir sind dabei, chill Achso Entschuldigung, ich bin nervös, ich hab nicht so ne Musterität gefahren, ich weiß nicht Wir müssen hier auf jeden Fall nur, das ist so ne Tempel, ja, das müssen wir mal lösen, das ist ein Rätsel Ach du Okay, wunderschön jetzt Okay, okay, okay Das ist jetzt Äh, ich hab hier einen Eingang Musst ein Dings machen, in der Mitte musst du ein Fuchs machen Drüben Schmetterling Und rechts ne, äh, links ne Krabbe Ich... Bitte? Achso, mein Stern... Du musst das bilden, als Sternzeichen Oh Gott Äh, ja Äh, ja Ich kann aber nur drehen, ne, wie ein Schiff Kann ich nicht machen Warte mal, ich will was testen Warte mal, ich will was testen Schießt hier gerade? Ja Wir testen was Hier ist ein Bär Hier, hier Malz, hier So An den Ding hier vorne Äh Warte Laterne Anzünden Jetzt kannst es Let's go Und du sagst mir, wie ich's dir drehen soll, ja? Du gehst hoch, ich dreh's dir Warte, er wechselt gerade die Bilder Wir müssen jetzt warten Jetzt Bitte was, fang mal an Ja, mit der Krabbe Mit was fang mal an Krabbe ist vorne Krabbe ist vorne Bist du vorne? Bin vorne, ja Dann, let's go Dann, let's go Krabbe ist... Äh... Das ist Fuchs Das ist... Äh... Ich suche gerade die Krabbe Mäderling Bär, das ist der Bär Das ist ein Fisch Der Fuchs Das ist der Fuchs Das ist der Fuchs Das ist der Fuchs Das ist der Fuchs Bild ist aber auch gerade weg, ne? Es ist gerade... Wird mir gerade nicht mehr hinten angezeigt Aber ich will hier noch mal aufleuchten, ne? Kannst du es draufleuchten? Mh... Warte Dann muss ich da hin drehen Warte mal Du musst die... Du... Wir müssen die Krabbe da hin drehen Wir müssen die Krabbe da hin drehen Bin dabei Äh... Die müsste... Da... Der... Äh... Weiter... Noch zwei Ne... Drei glaube ich noch Die Eule Kommt noch ein Vogelfieh Das ist die Schildkröte Da wo geht's der Adler? Adler, ja Äh... Das... Weiter gleich Krabbe Eins, zwei, drei, vier, fünf... Sechs So Und jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Das... Dazu hat noch keiner was gemacht Ich ziehe vielleicht noch ein Tor mit der Krabbe Das ist ein Bär Das ist ein Bär Da sind ja Tore auch mit den Bildern drauf Ein Bär Ein Bär Ein Fisch Eine Feder Ich kann's doch irgendwie drehen Machst du das? Hier ist ein Adler Hier ist ein Adler Ich glaube Das was aufleuchtet müssen wir machen Was leuchtet auf von denen? Äh... Keine Warum kannst du hier Waffen durch wechseln? Warum sind hier Keks? Hier Du musst es verbinden Du musst die Krabbe verbinden Unten die zwei Beine Jetzt hoch Ne, es war falsch glaube ich Oder? Ne, perfekt Erster Hammer Okay Dann... Dreh mal jetzt zum Fuchs Fuchs war rechts Ich krieg's das hin Ich klappe an euch Ich dreh grad Gehst du ran? Ich dreh Ich geh ran So Fuchs ist... Da Ja warte ich dreh dich hin Ich dreh dich hin Ja So ist da Reicht das? Ne noch Äh... ja reicht eigentlich Dann mach Okay Das ist der Schwamm Dann... Dieses glaube ich Und... So langsam Ne Ne, war falsch War falsch Das... das... Da... Das da, das da, genau Das... 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 Und der... Das, jawoll Jetzt den Bären Der weiter rechts gewesen ist Da nicht Da Da Ich glaube keiner wird sich diesen Schiff nehmen Okay So ich guck mal jetzt Was wir andere noch haben Wir haben dann hier noch Wir haben noch ein... Rosenbären dann Dann haben wir eine Feder Und ein Fisch Und ein Fisch Achso Habt ihr dich? Ja Die riecht auf Ja Wir müssen uns beeilen Das ist ein Fisch Weiter ist doch dual Wir müssen die Fisch Nehmen Nimm mit Ach du Scheiße Die sind wie total Haben wir? Aber fast Wollen wir die anderen Türen noch aufmachen? Weil die anderen Türen könnte man vielleicht noch Wollen wir mal... Gucken vielleicht die Fisch Tür hier nochmal aufmachen? Weil es kommt hier kein Wasser nix Es passiert hier grad nix Da hab ich mit Fisch Probier mal den Fisch Die Tür geht auf, let's fucking go Okay, was haben wir noch? Ne Feder Ja, ich versammel grad den Loot hier ein Ne machen Ich mach bitte Steh bei der Feder Mhmm Ja, lass uns laufen sein Laufen? Ja, let's go Dann haben wir noch einen großen Bären Ja, aber ein anderer Bär Ein laufender Bär Laufender Bär Laufender Bär Da bin ich das Springer mit so macht sich nicht mehr doch da ist der herr Ich habe noch einmal den nächsten Kampen. Ich habe noch einmal den Kampen. Du hast vorne zwei, du hast in der Mitte zwei und du hast einen Arsch zwei. Achso, okay. Achso, ich dachte irgendwie, dass du es nicht richtig gesehen hattest oder so. Okay. Wäre es leicht. Ich habe nur letztlich getroffen. Okay, getroffen. Ja, das war's. Wir haben alles. Okay. Dann Abflug! Nächstes Lager. Ja, ist schon gut. Das ist mein Kegadanner. Wir kommen mit dem Mermaid zurück. Wir sind gleich da. Ja. 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 Ja.